Peter, das ist jetzt von meiner Dachterrasse aus aufgenommen. Im Hintergrund, also die große Ortschaft des Vesentario, da gehe ich immer einkaufen. Im Hintergrund direkt am Meer ist Playa Arenaga, da wo ich das letzte Mal hier von der Strandpromenade das Video zugeschickt habe. Ich schaue mal, vielleicht kann ich es ein bisschen herzoomen. Das ist der Ort, Playa Arenaga ja genau. Jetzt noch ein bisschen. Hier, hier ist der Ort. Da ist dahin direkt am Meer. Das ist hier auch ein Stück von der Strandpromenade. Hier hinter den Häusern rechts. Da ist, das ist noch mehr dran. Das ist Pozzuizquiero, wo ich meistens baden gehe. Das ist das nächste. Aber du siehst ja, alles beide ist nicht weit weg. Also, tschüss. Also, tschüss. Also, tschüss. 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 Tschüss.